Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. In der Schule ließen wir euch alle. Ich habe auch hier viele Fragen, warum wollen wir euch sagen? Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute. In der Schule ließen wir alle Menschen, wir schreiben, wir tunen, malen, rechnen, auch mit vielen Zahlen. Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute, in unserer Schule begrüßen wir euch heute.